So, die Landesfahne. Ein bisschen unordentlich heutzutage alles. Haben wir ja nicht geflaggt. Aber wenigstens einmal sollte man hier gewesen sein. So, das ist dieser Kultwagen. Zumindest ein Teil davon als Nachbildung, was hier mal ausgegraben wurde. So, da sehen wir noch ein bisschen die Landschaft an, die Natur. Wetter nicht ganz so gut. Das Review der Polenmesser kommt später. Das Review der Polenmesser. Das Review der Polenmesser. Das Review der Polenmesser.